Hallo und herzlich willkommen zu diesem JungeTechnik.de Screencast. Wir zeigen euch in den nächsten Videos die Software Pixelmator. Pixelmator ist eine Photoshop Alternative, die exklusiv für Mac entwickelt wurde. Ich starte das Programm mal und wir schauen uns heute mal an, welche Funktionen Pixelmator bietet und dass es wirklich eine sehr sehr gute Photoshop Alternative ist. Und wenn man nicht die tausende Euro für Photoshop ausgeben möchte, dass man hiermit auch was Gutes bekommt. So, Software Aktualisierung. Soll ich mich später mal dran erinnern. Und so begrüßt euch Pixelmator, wenn ihr es startet. Ihr könnt jetzt hier ein neues Bild gleich anlegen. Ihr könnt ein vorhandenes Bild öffnen und es dann editieren. Oder einfach Pixelmator jetzt verwenden, dann stehen euch alle Werkzeuge zur Verfügung. Und ihr könnt beginnen zu arbeiten. Das letztere wählen wir nun mal aus. Und ihr seht schon, ähnlich wie bei Photoshop oder GIMP haben wir hier nun einzelne Fenster mit verschiedenen Werkzeugen, Optionen, Pinsel, Farbfelder und hier auch das Ebenenmanagement. Ihr könnt es euch anordnen, wie ihr wollt, also wie ihr am besten arbeitet. Und je nachdem auch wie groß eben euer Bildschirm ist, könnt ihr euch das beliebig anordnen. Und in der Werkzeugleiste hier haben wir die verschiedenen Werkzeuge. Wer schon mal mit GIMP oder Photoshop gearbeitet hat, wird die meisten Werkzeuge schon kennen. Wenn ich jetzt hier von einem Pinselwerkzeug oder Füllenwerkzeug oder Verlaufwerkzeug spreche, sollte eigentlich jeder schon mal was davon gehört haben. Aber wir schauen uns jetzt trotzdem mal genauer an, was die einzelnen Werkzeuge eigentlich machen. Dazu öffne ich mal ein neues Bild unter Ablage, Neu. Die Größe ist es mal egal. Wir können hier jetzt eingeben, wie groß das Bild ist und welche Auflösung es hat. Dann ziehe ich das noch ein bisschen größer. Und die weiße Fläche hier ist jetzt unser Bild. Jetzt können wir hier eben mit dem Pinselwerkzeug was malen. Und ihr seht, es sieht jetzt alles sehr kantig aus. Deswegen verwenden wir eher das Pinselwerkzeug für schöne Malvorgänge. Ihr seht, es sieht jetzt alles sehr weicher aus und eben viel mehr wie ein Pinsel. Dann das Füllenwerkzeug, kennt ihr sicher auch. Oder Farbeimerwerkzeug. Da könnt ihr eine Ebene füllen und alle gleichen Farben, also alles Weiße, wurde jetzt eben mit der Farbe übermalen. Wenn ihr eine andere Farbe wählen wollt, fahrt ihr hier runter zu Vordergrund- und Hintergrundfarbe. Klickt es einmal an und hier bei dem Farbfeld könnt ihr nun eine Farbe auswählen. Es gibt hier auch viele Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel mit Reglern, mit vorgefertigten Paletten, mit einem Spektrum oder einzelne Stifte auswählen oder auch Webcodes eingeben. Ich nehme jetzt mal hier ein schönes Blau und zeige euch jetzt aber erst noch das Verlaufwerkzeug. Wer auch schon mal mit Photoshop gearbeitet hat, kennt das Verlaufwerkzeug sicher auch. Ihr könnt damit verschiedene Verläufe realisieren. Zum Beispiel gibt es hier so einen Verlauf. Und ihr seht, es sieht schon sehr gut aus und wir können es mal versuchen hier ein kleines Bild zu machen. Dazu füllen wir mal die Fläche jetzt einfach mit Weiß. Oder ich erstelle einfach ein ganz neues Bild. Gehe wieder über Ablage neu. Und nehme nun das Auswahlwerkzeug, stehe unter Werkzeugoption Kreis ein und mache hier nun eine Kreisauswahl. Jetzt nehme ich den Verlauf, der dritte Verlauf, der mit dem roten Kreis hier. Der ist schon standardmäßig im Programm integriert. Und nun könnt ihr hier, wenn ich nur noch auf Verlauf klicke, schon einen kleinen Ball erstellen. Das sieht doch schon sehr gut aus, oder? Wir könnten jetzt hier noch einen Schatten hinzufügen und weiteres. Das werden wir aber in den nächsten Notorious machen. Hier haben wir eben noch das Ebenenmanagement, wer das auch kennt. Und wir könnten jetzt noch kurz hier einen Text hinzufügen. Zum Beispiel schreibe ich jetzt mal Ball. Über die Werkzeugoptionen können wir wieder eine verschiedene Schriftart zum Beispiel wählen. Zum Beispiel Monaco. Und eine größere Schriftgröße. Und hier, das ist das Verschiebenwerkzeug. Mit dem können wir jetzt hier noch die Textebene verschieben. Und zum Beispiel jetzt hier auf den Ball die Schrift hinmachen. Um das Bild jetzt zu exportieren, gehen wir unser... Na, wo war das nochmal? Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau. Ablage exportieren. Und hier könnt ihr jetzt ein Format auswählen. JPEG, PNG, TIFF, Photoshop-Datei können auch exportiert werden. Oder sogar PDF. Oder ihr wählt noch ein anderes Format aus. Ihr seht, Pixelmator unterstützt sehr, sehr viele Formate. Die meisten kennt ihr vielleicht gar nicht. Wir benutzen jetzt aber mal JPEG. In einer Qualität von 85%. Das reicht schon. Ihr seht hier auch gleich, welche Dateigröße das mal wird. Also 11 KB. Dann klicken wir auf Weiter. Nennen das mal unser Ball. Und klicken auf Exportieren. Das wird jetzt bei mir auf den Schreibtisch exportiert. Hier sehen wir es schon. Doppelklick. Und die Vorschau eröffnet es. Und hier hätten wir das gerade erstellte Bild. Zurück zu Pixelmator. Also ihr seht, das ist schon eine sehr schöne Photoshop-Alternative. Ich habe auch schon viele tolle Sachen damit gemacht. Zum Beispiel Header für eine Webseite. Oder auch Bilder retuschiert. In den nächsten Tutorials werden wir uns dann mal anschauen, wie wir noch besser mit Pixelmator arbeiten können. Und zum Beispiel mal einen Header für eine Webseite erstellen. Oder ähnliches. Ich hoffe es hat euch jetzt mal gefallen. Und wir können uns jetzt noch kurz die Webseite anschauen von Pixelmator. In Deutschland wird die Software von Application System Heidelberg vertrieben. Den Link findet ihr auch nochmal im Artikel oder auch in der Videobeschreibung. Und hier auf der Webseite findet ihr schon mal alle Informationen über Pixelmator auf Deutsch. Weil die Entwicklerseite ist noch auf Englisch. Zurzeit kostet Pixelmator 55 Euro. Und das wird euch dann in so einer schönen Box geliefert mit CD und alles. Hier findet ihr also noch den Überblick von allen Funktionen und alles weitere. Screenshots. Könnte auch, ich glaube, eine Demo-Version gibt es auch. Genau, es gibt auch eine Demo-Version. Wer es Pixelmator zuerst mal ausprobieren möchte. Natürlich auch einen umfangreichen Support. Hier könnt ihr es kaufen. Ja, und eben noch eine Suche, die jetzt eigentlich nichts mit Pixelmator zu tun hat. So, hier findet ihr noch Pressestimmen. Von vielen, zum Beispiel von MacLive, wo das 4,5 von 6 Punkte bekommen hat. Das ist natürlich auch eine riesige Wertung. Also ich würde sagen, ihr schaut euch mal die Demo-Version an. Und in den nächsten Videos werden wir dann noch weiter damit arbeiten. Bis dahin, Tschüss.